Hallo meine lieben Make-up und Beauty-Lovers, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melanie Hoffmann. Ich betreibe ein eigenes kleines Kosmetikstudio im schönen Landhotel Sonnenhalde in Bad Boll. Heute bekomme ich einen Kunden, der noch nie ein Fußpflegestudio von innen gesehen hat. In meinem Kosmetikstudio betreibe ich nicht nur Kosmetikbehandlungen, sondern auch medizinische Fußpflege. Aber für wen ist denn die medizinische Fußpflege interessant oder allgemein die Fußpflege? Sowohl für die Frauen als auch für die Männer, da wir täglich auf unseren Füßen unterwegs sind. Und daher haben viele auch Probleme mit Hornhaut, eingewachsenen Nägel oder Hühneraugen. Ich bin hier richtig bei der Frau Hoffmann zur Fußpflege. Ja, da sind Sie richtig. Schön. Wir haben einen Termin um 14.30 Uhr und ich bin auch prünktlich gut. Sehr schön. Haben Sie am Eingangsbereich schon Ihre Hände desinfiziert? Nein, soll ich nicht machen. Darf ich das kurz machen? Ja. Danke. Gut. Darf ich auch Ihre Jacke erst nehmen? Ja, genau. Dankeschön. Sie dürfen schon an der Lege Platz nehmen. Schuhe aus und Schrümpfe runter, bitte. Alles klar. Dankeschön. 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 деся. Dankeschön. Okay. Okay. So, das Grobe haben wir geschafft. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, danke, mir geht's gut. Sehr schön, dann kommen wir jetzt zum Feinschliff. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Um weiterhin so schöne gepflegte Füße zu haben, empfehle ich mir, wir machen gleich einen neuen Termin aus. Das hört sich doch gut an. Ich sage vielen Dank. Ich sage auch Dankeschön.